Und herzlich willkommen zurück hier in Hearthstone mit mir, dem Lean, zur Hearthstone-Unterhaltung. Und zwar habe ich heute mit euch etwas ganz Besonderes vor. Und zwar meine große Schwachstelle. Wer die Hearthstone-Videos von mir schon länger verfolgt, der weiß, dass mein Krieger-Deck nicht gut ist und dass ich große Probleme mit dem Krieger habe. In der Folge 81 haben wir mit dem Magier ein bisschen eine Runde gerockt. In der 82 mit dem Jäger. Und heute in der Folge 83 werden wir mit dem Krieger mal versuchen was zu machen. Dafür zeige ich euch wie immer erstmal das Deck. Und werde ein bisschen überlegen, wie man das verändern kann. Ich weiß, dass von meinen Zuschauern, also von euch, ein paar dabei sind, die sich mit Hearthstone richtig gut auskennen. Und da wird der ein oder andere jetzt wahrscheinlich denken, wie kann man nur so ein Deck bauen. Das ist ja kein Wunder, dass er auf den Sack kriegt. Wie schon häufiger erwähnt, ich habe natürlich auch nicht alle Karten. Und so richtig coole Kombinationen wie, ich zeige euch das mal im Herstellungsmodus, wie mit dem Kollegen oder mit anderen coolen Sachen. Das kann ich halt nicht machen. Ich habe die Karten nicht. Und ich möchte mir jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, sage ich mal, irgendwelche Karten craften, um das Deck ein bisschen besser zu machen. Das ist nicht so wirklich in meinem Sinne. Ich versuche mit den Karten, die ich habe, klar zu kommen. Okay, so sieht das Deck bisher aus. Hier ist die Mana-Kurve. Und wenn man die Mana-Kurve sieht, im Vergleich zu meinem Magier- oder Jäger-Deck, dann sieht man schon, dass mein Krieger da nicht gut ist. Nicht gut. Ich glaube deshalb auch, dass ich da viel zu viel auf Kombinationen aus war. Hier mit dem hier, in Kombination mit innerer Wut und 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 Kampfeswut und Toben und wie alles heißt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, da haben wir so oft auf die Nase gekriegt mit dem Deck. Das hat keinen Sinn, Leute. Das hat einfach keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Das muss ich komplett neu machen. Wirbelwind ist gut, Hinrichten ist gut, Axt ist gut. Oder? So. Für jeden verletzten, befreundeten Charakter. Den finde ich gut. Und die, den finde ich gut. Die finde ich gut. Das, ja. So, erstmal. Vielleicht auch spalten. Mal abwarten. Also. Auf jeden Fall kommt der rein. Diener stirbt. Das ist echt nicht einfach mit dem, ne? Ich bin mit dem Krieger. Krieger ist so eine Schwachstelle von mir, muss ich sagen. Krieger, da bin ich nicht gut drin. Lepragnom. Zombie-Fraß. Komm. Packen wir zweimal den Zombie rein. Zwei-Mana-Karte. Ja, Armani-Berserker. Armani-Berserker. Auch ganz gut eigentlich für den Krieger. Einmal den. Äh. Dreimal-Nach-Karten. Nax-Schemen. Ja, ich weiß es nicht, ne? Todes-Fürst. Boah. Vielleicht, ne? Ah. Vielleicht kann ich mit dem auch so ein bisschen Röschler machen, ne? Warum eigentlich nicht? Nehmen wir den raus, packen wir den rein. Dann machen wir. Machen wir. Machen wir. Hm. Den rein. Das rein. Hm. Ja. Den rein. Den haben wir noch. Den rein. Den rein. Den rein. Den zweimal rein. Den rein. Auf jeden Fall den rein. Und. Was sagt die Kurve? So. Wir haben. Kel-To-Sat drin. Schildmilch. Stalag. Schlickspuker. Loatheb. Folgen. Antiker Heil-Bot. Naja. Irgendwie passt der da nicht so rein, ne? Packen wir die Sonnenläuferin noch ein. Uh. Auch mehr Low-Karten. Sonnenläuferin ist halt cool mit Kel-To-Sat. Und wenn ihr jedes Mal wiederbelebt würdet und dann noch Gottsschild hat, dann ist das richtig krank. So. Dann gucken wir nochmal. Todes-Röschel. Tanzenden Schwerter. Was spricht eigentlich dagegen, ne? Tanzenden Schwerter sind ja eigentlich eine solide 3-Mana-Karte. 4-4. Der Gegner zieht ne Karte, wenn er sie killt, okay, aber. Ach, komm. Probieren wir mal aus. Also. So sieht mein neues Deck aus. Auch wieder nur so eine Idee, so ein Versuch. Keine Ahnung. Mit dem Krieger. Da fehlen mir so viele Schlüsselkarten, wo ich sage, ja, damit könnte man eine coole Combo machen. Fehlen mir so viele Sachen, dass ich da gar nicht ein bisschen ratlos bin. Aber in dem Fall kann man hier wirklich von einem vierten Deck sprechen. Das ist schon neu, ne? So. Okay. Und dann testen wir das Deck doch jetzt direkt mal aus. Komm. Schon die ersten 10 Minuten fast mit Deckbau beschäftigt. Aber ich bin da echt nicht so gut drin. Vor allem nicht mit dem Krieger. Krieger hab ich echt. Machen wir es mal so. Wir spielen gegen Gilden Magier anscheinend. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gilden. Gegen Magier. Rang 17. Wir sind ragen 18 Krieger. Schauen wir mal. Ja, könnte ein bisschen besser sein. Wir haben auch recht wenig Cut-Draw, ne? Da habe ich jetzt auch vielleicht ein bisschen zu wenig eingepackt. Blutvergießung. Ja, was machst du? Sachen machen. Ich bin ein Schluck Trinken. Okay. Okay, Entschuldigung. Gilden. Ich grüße dich. Geheimnis. Duplizieren ist es nicht. Ach, das wird doch hier eh Gestalt sein. Egal. Wird dann vielleicht auch funktionieren mit meinen tanzenden Schwertern, dass ich den Magier milden kann. Das wäre cool. Schmerzen sprechen lassen, ne? Oh. Nochmal. Oh. Das ist nett. Ist das nochmal echt eine Gestalt, oder was? Komm, probieren wir es aus. Ja. Die Geißel wird euch verzehren. Und jetzt macht er einen bemannten Schredder bestimmt. Oh, nein. 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 Ah. What? Ich will, dass ich Katten ziehe, oder was? What? 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 Okay. Ja, komm schon. Die Geißel wird euch verzehren. Nein. Nein. That's not fair. That's not fair. That's not fair. That's not fair. Aber andererseits, voll nett von dem, ne? Hätte auch den Spott verdingern können. Ja, okay. Sechs Mana haben wir am Start. Und wir können hier auf jeden Fall das machen. Wir können hier auf jeden Fall... ...diss machen. Diss machen. Obwohl... ...diss machen wir mal so. ...diss machen wir mal so. Okay. Es scheint auf jeden Fall so eine Art Freeze-Mage zu sein, der Typ. ...diss machen wir mal so ein bisschen Blut vergießen. Flammenstoß. Flammenstoß. Hm. Im Moment läuft es auf jeden Fall gut Mit dem Krieger Mit dem neuen Deck Vielleicht ist das auch einfach nur Glück Oder gleich kommt die Action Von dem Magier Ich weiß nicht so recht was er davor hat Also sieht auf jeden Fall Wie so ein Freeze Versuch aus Vielleicht kommt gleich ein Pyroblast Nach dem anderen Oder der Antoni Der Archmage Man weiß es nicht Stalag zerquetschen Ja Sieht sehr sehr gut für uns aus Sehr gut Flammenstoß Kann schlimmer sein Eigentlich ist das ziemlich übel Aber Gleich kommt die Folge Ja komm Erstmal Kärtchen ziehen So Dann gucken wir nochmal Ob wir gleich der Dicke kommt Flammenstoß Beide Flammenstöße sind raus Arkane geschossen Okay Na dann Tja das wird schwer Wird noch schwierig für ihn Ragnaros der Feuer Fürst Ja Junge Spielst du mir Erstmal oder was Das verwundert dich jetzt Gut gespielt Ich bin hart im Nehmen Diese Runde geht ab Jetzt sterben Jetzt sterben Siegessträner Booster 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 Stern Jawohl Vielleicht habe ich damit Ein Deck gebaut Wo ich vielleicht nicht nur Verliere mit dem Krieger Ich möchte eure Meinung hören In den Kommentaren Ich würde mich freuen Wie gesagt Neues Deck mit dem Krieger So sieht das Ganze aus Hat ein bisschen besser funktioniert Glaube ich Als mein altes Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Ne Leute Würde ich sagen Tschö